Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Soba. Ja, das gleiche gilt für mich. Herzlich willkommen zurück. Neue Aufnahmesession jetzt. Oh Gott, was haben wir denn hier? Ein Roboter, der uns irgendwas spenden soll. Ich weiss nur nicht wie. Und ich wusste das letzte Mal schon nicht wie. Ja, irgendwie mit diesem Dingens hier. Aber ich glaube, ich habe gesagt, wir gucken erstmal Formeln. So, genug geguckt. Da kenne ich mich sowieso nicht aus mit. Ähm, oh Gott, ja. Gut, Tag Robi. Sag uns mal, wie wir an deinen Chip rankommen. Ja, dieses Gerät. Diagnose. Hier umstellen. Und dann. Habe ich das schon versucht mit allen drei hier rüber? Ja, dann leidet da. Das wollen wir ja nicht. Können wir hier noch? Nein, können wir nicht. Wir können es aber. Nein, hier können wir auch nicht. Ah, das können wir. Okay, so umleiten. Im Endeffekt läuft es drauf raus, das einfach auszuprobieren. Äh, mehr erschließt sich da nicht wirklich eine Logik. Das ist halt irgendwie bei Soma so. Ich würde mal sagen, wir machen das jetzt alles irgendwie gleichmässig. Also, dass wir einen Strich, keine Ahnung, hier rüber, vielleicht hier runter, aber in einem durch, genau. Den nach hier hinten. Dann müssen wir hier drücken. Und jetzt den runter. Und den rauf. Oh. Moment, Moment. Entweder habe ich es kaputt gemacht. Das sind ja die Augen. Oh Gott, Nummer 5 lebt. Äh, wie habe ich das denn jetzt wieder gemacht? Das ist ähnlich wie, ich kann mich erinnern an ein letztes Rätsel. Da habe ich, da ging doch die Sicherung kaputt. Da habe ich auch einfach gedrückt. Ging auch. Okay, manchmal muss man einfach drücken. Nur jetzt haben wir zwei Paar Augen. Oder ein Paar Augen. Was machen wir denn jetzt damit? Jetzt fehlt noch ein Akku. Und Gel. Und die Gestalt ist ja noch da. Äh, tl, 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 tl. Die kommt aber immer noch so temporär. Also von daher, Schritt rein. Angst haben, gleich umdrehen und wieder raus. Können wir denn hier noch was machen? Hier liegt auch irgendwie so eine Platine. Ne. Hm, 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 hm. Ähm, Robot Repair, okay. Hier ist ja noch ein Raum. Hier ist zu. Hier liegt einer. Waren wir hier schon? Hallo? Boah. Heiliges bisschen. Ein T1000. Aha, hier hat es so einen Knubbel. Jetzt weiss ich nicht, ob wir hier schon waren oder nicht. Ich werde es gleich rausfinden, wenn wir hier was machen. Doch, das waren die. Ich glaube, die haben wir uns schon angesehen. Ein ewiger Albtraum. Das war wieder der Kollege. Was ist denn? Äh, ich wollte nur schauen. Ich muss etwas machen. Ich muss nicht für ein paar Tage sein, okay? Rallye Harbour verliefen den Listenpost? Das muss wichtig sein. Das ist, Drask. Das ist. Ich bin mir nicht sicher, haben wir uns das schon angehört? Hör mir zu, das ist. Ich würde dir ja zuhören. Aber dann musst du mit mir reden. Gestalt. Komische. Ähm. Ich glaube, wir haben es uns schon angehört. Ich möchte euch jetzt hier nicht mit einem doppelten Log Quellen, aber wir müssen es vielleicht doch noch mal schnell machen. Einfach so, Moment. Okay, ich wollte noch mal alles anklicken. Vielleicht wäre es dann hier hinten aufgegangen. Vielleicht. Denkste. Okay. Wahrscheinlich haben wir hier oben dann mal soweit alles erledigt. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder runter. Hier können wir ja nichts mehr machen. Ei, 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 ei. Okay. Treppenhaus. Oder wir... Runter geht nicht, dann geht es nur rauf. Ach so, wir sind unten. Okay. Noch weiter runter geht es nicht. Das ist beruhigend. Dann gehen wir mal eins hoch. Weiter geht es hier auch nicht. Weiter hoch. Und jetzt sind wir in dem Raum, beziehungsweise bei dem Raum, wo immer dieses Viech kam. Hier ist halt auch zu. Okay. Dann... Ja, schon kommt wieder die Störung. Wenn ich jetzt hier einen Schritt rein mache, einmal fürchten, einmal drehen raus. Guck, guck. Guck, guck. Ne. Heute kommt er nicht. Okay. Waren wir hier schon? Ja, Johann Ross. Steht nicht jeweils, wenn diese Stimme kommt, Ross? Oder täuscht mich da jetzt? Hm. Den toten Mann, der heute Morgen auf der Aufzugsplatzfonds gefunden wurde, würde ihn... Den toten Mann, der identifiziert wurde. Ne, der... Okay. Wurde identifiziert als Johann Ross, den KI-Psychologen, der in Tau gearbeitet hat. Ich kann mir nicht im Geringsten vorstellen, was da unten im Abgrund passiert ist. Und ehrlich gesagt, werde ich mein Personal nicht riskieren, um da unten nachzusehen. Ja, aber wir riskieren. Wenn das Architeam noch am Leben ist, was ich höchst bezweifle, dann werden sie einen Weg finden, uns ein Zeichen zu geben. Ohne guten Grund werden wir nicht wieder da hinunter gehen. Da bin ich das Ding. Okay. Ihr wisst ja, Pause im Modus, wenn ihr es lesen wollt. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin eigentlich ehrenfreud davon, wenn Stories erzählt werden. Nicht, wenn man sich die lesend zusammenreimen muss. Sonst kann ich auch ein Buch lesen. Oh, äh. Hier komme ich nicht rein. Hier ist nochmal so ein Teil. Aha, ja, wir sind hier. Das ist ja schon mal schön. Im Unterbereich waren wir. Welches war hier? Der Robot Repair Shop? Workshop vielleicht. Oder waren wir im Oberbereich? Nein. Aber in dem Oberbereich müssten wir noch. Versuchen wir mal. Ne, geht nicht. Hör mir zu, da ist er wieder. Ach, guck. Wie schön, wie einladend. Es klingt danach, als wäre das nicht ganz grundsätzlich falsch gewesen. Jetzt können wir hier rein. Es klang aber auch nicht gerade sehr beruhigend, ehrlich gesagt. Ihh, was ist das denn hier für ein Zeug? Bäh. Eine Herdplatte, okay. Wir können wieder Unordnung machen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch das Spiel. Das ist ja schon mal schön. Das hat in der Wohnung angefangen. Findet hier jetzt eine Fortsetzung. Aha, hier könnte ich was machen, geht aber nicht. Okay. Hm, geht nicht. Boah. Was haben wir hier? Kann ich drücken? Nein, hier kann ich gar nichts machen. Mit einer Mausspielen kann ich noch. Okay. Dann, oder ist jetzt hier die Tür auch aufgegangen? Das möchte ich dann doch mal noch. Hier ist sie aufgegangen? Ne. Okay, da will man auch nicht freiwillig rein. Das ist auch irgendwie klar. Aber jetzt hier hinten haben wir noch ein Türchen. Power Room. Was haben wir denn hier? South Sherwell. Ah, okay, hier geht es hoch. Gut. Oder auch nicht gut. Wir werden es gleich rausfinden. Das ist schon mal eher uneinladend, das Ganze. Da können wir reingucken. Türen. Omicron. Da können wir rein. Und hier können wir rein. Schon wieder so ein Ding. Ach, Herr Jemine. Wir gehen erstmal hier gucken. Main Entrance. Ah, okay, hier sind wir doch angekommen. Hier liegen die Kopflosen. Alles klar. Okay, dann sind wir ja wieder da, wo wir angefangen haben. Das ist ja, das bringt dann ja tierisch viel. Nichts zu sehen. Da war doch noch ein Raum. Hallo? Der hier. Waren wir hier echt noch nicht? Schon wieder so ein Rätselding. Aha. Immerhin muss man da nicht mehr rumbasteln. City Hall. dass die alle keine Köpfe mehr haben. Okay. Das ist die Kantine. Cool. Curry. Ne, das war nicht Curry, das war, keine Ahnung, jetzt ist weg. Eine Kasse. Mit einer Torte. Ne, das ist ja keine Kasse, das ist ja eine Mikrowelle. Wann springt. Oder irgend so was in die Richtung, das waren mal Spaghetti. Okay, das bringt uns alles herzlich weit, wenig, herzlich wenig weiter. Wir brauchen nicht Spaghetti, wir brauchen auch nicht eine Soße dazu, sondern wir brauchen Gel und einen Akku. Hm. Halt, hier können wir ja zugreifen. Johann Ross wurde verletzt auf dem Klimer heute Morgen. Die Arctein ging ein paar Tage vor, aber ich sehe keine Grund für sie zu spätigen, sie spielen eine Rolle in seiner Tod. Der Klimer kann nicht aus dem Abiss, also gab es eine geschlossene Anrufe. Der Klimer zurückgegangen mit nur einem Leben von Alfa Johann Ross. Keine Träger von der Arctein. Cameron, Eames, Lansky, alle studen den Körper in der Containment. I'll follow up with whatever they find. Delender S. Okay, John, nee, nicht John Ross, John Ross Ewing. Der Herr Ross kam zurück, auf der Plattform tot. Ross kam zurück, auf der Plattform auf der Alfa. Oh, das nahm kein gutes Ende. Senden? Okay, keine Verbindung möglich. Können wir mit dir noch was machen? Die funktionieren ohne Kopf, nicht die Jungs? Und Mädels. Okay. Dieser Dr. Jonathan Ross, ja der ist runtergegangen und keiner wollte ihn holen. Hier könnten wir uns noch heilen. Verständlich irgendwie. Ich weiss auch nicht, ob ich hier wirklich Lust hätte, irgendwo runter zu gehen. Da hinten ist noch eine Tür. Dann nehmen wir die doch mal. Powerroom. In Powerroom müsste es doch einen Akku oder irgendwie sowas in die Richtung geben, würde ich meinen. Hier kommen wir nicht rein. Ne, geht nicht. Hier. Hier dürft es doch. Irgendwo hier. Bist du ein Akku? Ne. Nicht wirklich ein Schrauber und Helm. Ja, falls es gefährlich wird. Hm. Ein sinnloser Raum und eine Leiche. Wo gibt es denn sinnlose Räume in dem Spiel? Oh, es speichert. Hm. Das wäre ein Lüftungsschach. Das wäre je nachdem noch ganz praktisch. Denn wenn das Spiel speichert. Dann macht es auch irgendwas. Dann führt es wieder irgendwas im Shield. Do not operate. Okay. Hm. Was hat der denn? Ah, der lebt auch noch. Der hat irgendwie so ein Steuergerät. Als Kopf. Na, immerhin hat er was. Da hat er schon was voraus. Den anderen. Haha. Die wir bis jetzt. Gefunden haben. Und was höre ich denn da? Aha. Moment. Ich möchte den Bauplan. Ich weiss zwar nicht wofür. Hochleistung. Ah, okay. Akku. Standard. Bla, bla, bla. Okay, das ist uninteressant. Aber wie er aussieht, ist vielleicht nicht uninteressant. Aha. Ja, okay. Das müsste. Wieder zu erkennen sein. Da steht doch einer. Kann man nicht das Licht ausmachen? Äh. Ja. Doch. Man kann. Da hat jemand die Frage eindrücklicher beantwortet, dass ich mir das erhofft hatte. Ja, wenn ich jetzt wüsste, ist das wieder einer, der nichts sieht. Was macht denn der da? Geht nicht. Ich meine, müssen die alle zwangsweise bösartig sein? Das ist natürlich auch die Frage. Aber bei dem Geräusch... Bei dem Geräusch... Und ich schmeisse hier mit Möbeln rum. Der hat auch so Blinke-Dinger. Das ist ganz bestimmt kein Netter. Das kann ich mir gleich mal abschminken. Und die Geräusche... Ne, 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 ne. Hundertprozentig, dass da vorne ist der Akku. Oder das Gerät... Ja, da ist ein ganzes Stromzeichen drauf. Wir müssen den irgendwie ablenken. So, jetzt kommt er, glaube ich. Jetzt. Boah, ich klebe richtig. Also nicht ich, sondern... Mein Männchen hier. Okay, den haben wir. Das war gar nicht so schwer. Okay, das mit Ablenken funktioniert eigentlich relativ gut. So, geh du mal... Geh du mal bitte nach da hin. Wollte ich gerade sagen. Oh. Das hat nicht wirklich geklappt. Na los, geh doch nach vorn. Oh. Langsam gehen mir dann die Gegenstände aus, mit denen ich hier rumschmeissen kann. Na, nimm's. Schmeiss. Nicht, dass ich dann den Akku wegschmeiss. Das funktioniert irgendwie nicht mit Ablenken. Das ist interessant. Wie kriegen wir den denn jetzt da vom... Ein- bzw. Ausgang weg? Ich versuch's mal so rum. Jetzt bewegt er sich, glaube ich. Ganz langsam. Der steht immer noch da, wie angegossen. Ist das schlau? Nein. Ich glaube, der ist taub. Blind und taub. Aber dann kann eigentlich auch keine grosse Bedrohung sein. Wenn ich jetzt mal ganz leise hier... Einen anderen Ausgang gibt's nicht. Hab ich nicht gesehen. Wenn ich einfach schnell durchrenne... Nein. Falsch. Oh, lauf, 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 lauf. Nein. Haben wir den Akku noch? Falsch gelaufen, ich depp. Jetzt bräuchte ich... Das Heil-Dingens. Geht's hier runter? Wir gehen erstmal weg hier. Ja, mach ich. Ich vergifte alles, was sie wollen. Mein Freund. Jetzt weiss ich nicht mehr, wo's runter geht. Nein. Hier ist wieder der Eingang. Okay, von hier kommen wir her. Hat's hier so'n Teil? Nein, aber ist er jetzt weg? Haben wir den Akku noch? Das ist jetzt hier die Frage. Dann hätten wir ausserdem... Ich glaube, das Gel fehlt noch. Vergifte die Quelle. Okay, der hat... Das ist... Das ist dieser Ross. Da bin ich überzeugt. Der hat da verloren gehen. Und der möchte, dass wir... Wow, zerstören. Verstehe ich. Ja, das ist wieder die Kneipe. Wo? War hier gleich nochmal... Das Treppenhaus. Ich würde gerne die Ebene verlassen. Hier. Okay. Gel. Wo findet man denn Gel? Keine Ahnung. Jetzt ist er hier unten. Tu mir das nicht an. Nö, 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 nö. Ja, ich würde sagen, wir ziehen mal den Kopf ein und gucken morgen, ob er hier unten ist. Wir haben den Akku. Wir haben den Jeep. Uns fehlt das Gel. Das werden wir auch noch finden. Zur Not werden wir es selber zusammenbrauen. Okay, danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss. Musik 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 Musik